Spaß für Kinder, Genuss für Erwachsene. Erleben Sie Kontakt-Junglage und Show mit Carrie Balder. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Der kleine Drache hatte viel Hunger und wurde schnell größer. Carrie gab ihnen den Namen Flammenfang und die beiden wurden Freunde. Bald hatte Flammenfang keinen Platz mehr in der Stadt. So machten sich beide auf den Weg und bald ward Carrie überall als die Drachenzähmerin bekannt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018